Erzeugnisse bopopopopopop da fehlen auch noch ein die etliche Schauen wir können mal gucken was hier alles an interessanten Gegenständen mitzuhaben Kampfstiefel ey du mich auch Brushberry Abzeichen ich bin überlegen wir uns noch mal hier ein Galagugu mal fangen lassen was ist denn jetzt hier hier war ich nicht hin Spielauszeichnungen mann warum ausgerechnet schon wieder dieses Schnupfenscheiß Anfall alter schon für 46 162 tage eine stunde und 48 Minuten spielen wir schon im Konto beträgt nur noch 59.000 und wer ist da schlecht auszeichnen verpflanzen auszeichnen vor allem haben wir schon mehrere aber ach das ist gut auszeichnen Zappli will ich auch keinen scheiß Techtelmächtel machen müssen den der wir könnten machen die 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 in großartige Lust schnauze ich nehme auf aber sehr gerne mal eingefangen scheiß Patschen Pinocchi Guba Dragonfly haben wir auch nicht gemacht Dragonfly könnte mir jemanden 4Heads wollte ich jetzt machen Pixie ne danke Noseypan auch nicht Dann machen wir was Dinges würde ich sagen Dragonfly würde ich sagen Ja, machen wir Dragonfly Dragonfly Ähm, Dragonfly 错 Ein helles Korril Scheiß holy Diß 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 Ach, was bin ich müde. Hör auf, mich von der Seite so hässlich anzuhälchen, du perverse Sau. Ich kann mal was hackt. Alter, 550 ist die Scheiße hier wert, ey. Ah, sind noch ein paar zu viel. Mach mal so. Bin ich zufrieden mit... So, und Dragonfly sind dann... Was hat das hier so? Was auch immer. Was auch fucking immer. Aber hier ist so, als würde ich gerade Rasen mähen würde da drin, ey. Aber gut, belassen wir es dabei. Sollen Sie mal ruhig den Rasen mähen? Ich meine, ich bin auch gegen Rasen auf der Autobahn. Wer soll den ganzen Scheiß mähen, ey? Ah, Entschuldigung. Ich entschuldige mich hier ganz offiziell bei allen, die gerade Ohrbluten bekommen haben und sich zu oft mit dem Kopf gegen die Tische gehauen haben. Entschuldigung. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Von South Park. Ja, nein, Prediger. So. Ich werde aber heute nicht so viel machen, weil ich echt scheißen müde bin. Ich werde jetzt die Dragonflies hier. Moin. Was hat der denn jetzt? 250 Pinometer Wasser. Aber ich muss dafür das eine Scheißding noch was aufbewahren. Ach, Leute, es ist doch nicht dein Ernst, ey. Wir brauchen noch ein bestimmtes Pinata, aber es kommt ja auch eh nicht. Also von daher werden wir jetzt wieder unseren schönen See hier wieder machen. Ich weiß, vollkommen unnötig. Aber so ist das nun mal. So, alles wieder schön. Abschnübbeln hier. Ja, das muss natürlich auch alles hier wieder ordnungsgemäß. So, hier schön hier drumherum. Dein wertvollen. Dein wertvollen. Exes. 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 Ist ja gut. Am besten bei sowas nicht immer erst mal auf einem Pinata echt konzentrieren. Und das hochpushen. Ansonsten wird da nie eins wirklich wertvoll. Und ich möchte schon den Erfolg haben. Ansonsten wird ja hier die Funktion komplett neu zu starten. Also in dem Sinne neuer Garten. Aber du kannst halt die ganzen Ressourcen und die ganzen Items mitnehmen, Alter. Weiß nicht, ob ich das machen würde. Ne gut, wahrscheinlich schon. Das Spiel bittet es ja an, ne. Das würde natürlich alles ziemlich einfach machen. Oh, ein großer. Hast du gut gemacht. Hast deinen Körper schön verkauft. Kleine Schlampe. So. Ja, alles schön. 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 Ich weiß, wir haben das schon letztens erst wieder zugemacht. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich ein bestimmtes Pinata anlocken. Aber es kommt ja eh nicht. Und von daher... Kannst du mich jetzt auch mal am Arsch lecken. Kann auch sein, dass ich auch beim falschen Trouble in Paradise geguckt habe. Anstatt bei dem normalen. Aber... Ich und Fehler. Das ist... Etwas, was eigentlich nie vorkommen wird. Von daher... Ausgeschlossen. Und immer sauer werden, wenn jemand auf ihn drauf tritt. Ich bin auch nicht wesentlich größer. Na und? Hab ich damals geholt? Nein. Ich habe zurückgetreten. Weiter. Schon ein bisschen tiefer sein, würde ich sagen. Dann war es jetzt nicht so extrem tief wie sonst. Aber nie so ein bisschen mal. Offener. Damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Ah, freuen sich natürlich auch die Schwananas. Ist klar. Dass wir ein bisschen mehr... Schwimmfläche hier haben. Das ist natürlich super. Alles für meine Emma. Ich mag Emma. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein nettes Mädchen. Und ein verdammt Schnuck, der ist. Hi Emma. Nein, Spaß. Nein, obwohl. Nein, nicht Spaß. Nein, Spaß. Scheiße, wie rede ich mich jetzt hier am besten wieder raus? Schinken. Das sollte die Sache geklärt haben. Ja. Das sollte die Sache geregelt haben. Ich glaube, es wird nochmal Zeit für den Gartenreboot. Alles nochmal löschen. Ich glaube, es wird noch ein bisschen... Das ist die Nettigste. Das ist die Nettigste. Lassen. So ein bisschen... So ein bisschen... Puh... 2,50m war das, ne, dann müssen wir mal kurz schlaumen, wieviel wir sind, wieviel wir jetzt gemacht haben, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, da oben sind es 8, 18, 3 sind 21 Pinometer, das heißt noch 4 Pinometer, also noch 40 Pinometer, noch 4 Blöcke, sag ich's, hoffentlich kennst du gegen einen, Sebo Batsche, und wen? Klingt ihr beide eigentlich gegeneinander, oder? Na los, kämpft gegen einen, der ein Schein kämpft denn nur gegen die eine Sorte Ach, ihr seid am Batschen, is nice, und so, paar Kämpchen Ach, ein Schein kämpft denn nur gegen die eine Sorte von den, also nur gegen Twinklehead Ach, ein Schein kämpft denn nur gegen die eine Sorte von den, also nur gegen Twinklehead Ich will doch nicht zu ihr Ich will doch nicht zu ihr Schnauze, ja, ja Kann ich drauf verzichten Moin Schnuffel Jaaa Ein Twingersnap hätte Ach man, ich wollte mir das nicht doch mal anhören Schein ist er wehlerisch, gegen welche der Antritt Bleib stehen, das Vieh ist hier Vor allem, er trinkt ja förmlich Schön, dass wir das klären konnten Oh, guck mal, der träumt Oh, ist das süß Ein Auge halb offen Ein Auge komplett geschlossen ist Fast wie eine Eule Was vielleicht auch mal ganz cool wäre Obwohl, da würde ich mich wahrscheinlich eher wieder aufregen, als dass ich das im Endeffekt cool finde Wenn so Pinatas sagen, ey, sorry Aber du hast jetzt hier echt zu viel Wasser weggenommen Ich möchte jetzt hier nicht mehr sein Zum Beispiel so ein Schwanana abhaut oder sowas Wäre auch mal gar nicht mehr so mega schlecht Aber ganz interessant Anstatt dass sie immer nur überrampelt werden und dann sich halt immer beschissener fühlen Man muss ja auch sagen, ey, du hast jetzt zu viel von dem und dem was ich mag weggenommen Sorry Das geht nicht Aber da würde ich mich wahrscheinlich nur eher wieder aufregeln So, was haben wir denn hier? Schöner 18 19 20 21 23 23 23 30 23 20 7 so die noch mal ein bisschen was rein dünnen wir können jetzt auch nicht mal 3.000 Schokomüssen wieder weg, ey, leck mich am Arsch. Ui, dankeschön. Ach du, ja, Alarm, Stufe Rot, vielleicht kommt Cobra 11 und jagt alles in die Luft, da würden sich die Al-Qaida freuen, aber wäre semi-optimal für mich. Hallo, ich hab dich eben gerade markiert, du hässliche Stück Scheiße. Oh, ist das nervtötend. Ich würde schon sagen, dass die beiden nicht vernünftig wachsen, ey. So, ein bisschen Platz geschaffen. Was will ich denn hier, hier muss ich hin. Gäste. Bis zum nächsten Mal.